Hallo, heute darf ich euch die Aktionen der Woche 27 und 28 vorstellen und ich freue mich, dass ihr dabei bist. Woche 27 und 28, wie gesagt, nur 14 Tage, unser toller Küche-Star. Das ist unser größter Hobel, den es im Sortiment gibt, ist im Katalog normalerweise mit 102 Euro und nur in den 14 Tage um 55 Euro. Also wirklich ein super Preis. Es ist kein normaler Hobel, sondern ich kann mit dem Hobel sehr, sehr vieles machen. Wie logischerweise normal, in verschiedenen Stärken Hobeln. Ich kann Bommes machen, ich kann Gitterbommes machen, Wellenbommes, ich kann damit aber auch Stifteln und Rauten zum Beispiel machen. Und ihr kriegt nachher im Anschluss auch noch einen Link dazu, wo es noch einmal ganz genau zeigt, wo er fortgeführt wird. Ganz kurz zur Reinigung und zum Zerlegen und was alles dabei ist. Also er hat vorne und hinten Füßeln, das heißt auf die Füßeln sind die schwarzen Gummistoppeln oben, damit er super steht. Und, ihr habt es unterhalb schon gesehen, da habe ich noch als Ersatzteil einen zweiten Hobel drinnen, nämlich alles, was wellig ist, zum Wellenbommes, Gitterbommes zu machen, brauche ich den Wellen. Damit es nicht verloren geht, lege ich ihn immer einfach so her, dass er mich anschaut. Und dann klebe ich das unterhalb auf und das ist wieder alles fix benannt. Beim Arbeiten, müsstest du das allerdings runter tun, weil sonst hat das da drinnen dann, naja, Gemüse oder was es gerade eben hobelt. Zum Austauschen, brauche ich nur außerdem einen anderen Einsatz draufstecken und dann wieder zusammendrücken. Dann möchte ich euch unterhalb zeigen. Unterhalb ist nämlich auch ein Schutz. Und den Schutz, wenn ich den aufmache, sieht man wirklich zacken, die extrem scharf sind. Bitte tut den Hobel mit einem Birsten reinigen. Man darf ihn auch sogar im Geschirrspüler tun, damit er wieder ganz sauber ist. Und dann habe ich noch zwei Schrauben. Die vordere Schraube, da seht es die Zahlen 1 bis 9. Und da könnt ihr die Stärke einstellen, indem ihr es dreht. Beim Waschen bitte immer beide aufs Schloss tun, damit ja nichts passiert. Nicht, dass es euch so geht wie mir. Ich bin übrigens den sogar schon im Krankenhaus gewesen, weil ich unseren tollen Fingerschutz nicht benutzt habe. Also, wenn ihr etwas habt, was klein ist, unbedingt bitte niedertun, den mit den Spießeln aufspießen. Und dann hebe ich ihn beim roten Kopf und das geht dann schön langsam nieder. Also ich habe meine Fingerkappe schon einmal weg. Möchte ich das bei euch vermeiden. Nehmen Sie den Fingerschutz. Was ganz toll ist, wenn ich jetzt Bommes mache zum Beispiel. Gehe ich her, wenn ich sie 6x6 habe, dann tue ich die erste Schraube auf ein 6er. Und die zweite Schraube genauso auf ein 6er. Und dann habe ich ganz schöne Stabeln mit 6x6. Ich kann sie aber auch dicker machen, indem ich sie 9x9 Millimeter mache. Also beim Waschen das wichtigste Aufschloss. Nur 14 Tage um sensationelle 55 Euro. Dann geht es weiter mit der nächsten Aktion von den 14 Tage. Nämlich unsere Öko-Flasche 1 Liter. Die Öko-Flaschen zum Befüllen einfach oben die Schraube runter tun. Und das ist natürlich unser Trinkverschluss. Bitte Flaschen immer mit einer Flaschenbürste ganz ganz sauber reinigen. Und beim Austrocknen ordentlich austrocknen lassen. Weil sonst kann sich da drinnen ein Schimmelpilz entwickeln. Wichtig ist beim Trocknen niederlegen. Weil so trocknet sie sogar leichter aus, als wenn ich sie aufgestellter auf einer glatten Fläche habe. Beim Verstauen, wenn ihr sie irgendwo im Kastl habt, bitte unbedingt auflassen, damit die Luft reinkommt. Und immer sofort sauber reinigen. Um nur 15 Euro. Und dann haben wir auch noch eine neue Jausenbox mit einer tollen Größe. Was auch in die Schulttaschenfächer oft reinpasst. Auf der Seite oder vorne. Und die Box hat nämlich etwas innen noch einen kleinen Box versteckt. Und hat die Abteilungen. Das ist ganz praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Brot habe und einen halben Apfel dazu. Damit das nicht zusammenrutscht. Ich kann aber auch, wenn ich jetzt ein Jausen beim Wandern mithaue, zum Beispiel ein Speckbrot, und ich möchte dann die Essiggurken noch mitnehmen. Damit das ja alles zusammen nicht feucht oder nass wird. Da habe ich noch eine kleine Box separat. Und die kleine Box passt sogar mit Deckel innen rein. Damit, wenn ich alles abdecke, wirklich alles beieinander habe. Und wie gesagt, es ist flach. Und eine tolle Box um nur 19 Euro. Und das super Angebot ist beides im Set. Im Set zahlt man für beides nur 29 Euro. Also, ihr kriegt zu aller Sache noch einmal die Bestellnummer mit einem Link. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören.